Seit 20 Jahren bin ich in Sachen Kirchenentwicklung unterwegs. Vieles war und ist in Veränderung und das wird in den nächsten 20 Jahren wohl auch so bleiben. Was mir persönlich Halt gibt in diesem unberechenbaren Umfeld, ist Gottvertrauen. Ich rechne damit, dass in den Veränderungen, die wir gerade erleben, Gott an seiner Heilsgeschichte webt und arbeitet. Ich rechne damit, dass Jesus auch heute wirkt, dass er die Bereitschaft von Menschen nützt, um Gutes und Segen für alle in diesem Land zu bewirken. Und ich rechne damit, dass die Geistkraft Gottes uns hilft, viele neue Formen von lebendiger kirchlicher Gemeinschaft zu erfinden, damit der christliche Glaube für ganz verschiedene Menschen als relevant, als nährend, als segensvoll erlebt werden kann.